Hallo, hier ist wieder euer Hörbi und Hörbi zockt wieder. So, jetzt habe ich mal was probiert. Ich habe nämlich den Hörbi mal in der Nacht hier reingeschickt und da sind die nicht wach geworden, weil die geschlafen haben. Das heißt, der Hörbi kann nachts die ganzen Kadaver vielleicht hier einsammeln und dann hat er auch wieder was zu essen. Aber jetzt muss er sich noch von den Pilzen ernähren. Ich weiß, das mag der Hörbi gar nicht gerne, weil anders gibt es gerade nichts zu essen. Hier ist kein Hase, kein Nisch. Oder? Seht ihr einen Hasen für den Hörbi? Nein, kein Hase. Oh Mann. Vielleicht können wir doch das Walross schnell uns einsammeln. Okay, Hörbi, dann machst du das ganz schnell, okay? Du, schnell, schnell, schnell. Ja, Mensch, wir haben ein Walross. Warte, jetzt schnell schlachten. Das müssen wir jetzt durchziehen. Und dann musst du schnell kochen. Nicht roh essen, kochen. Keine Materialien. Wir haben doch aber ein Walross geschlachtet. Okay, komm hier, schnell kochen. Kochen. Jawohl, wunderschön. Das Walross hat uns jetzt ganz schön schnell gerüttet. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt ist es dunkel. So, Hörbi, ich glaube, jetzt musst du kurz Feierabend machen und schläfst. Schön gegessen und geschlafen. Wunder, wunderschön. So, den lassen wir jetzt erstmal ausschlafen, sonst kriegt er wieder schlechte Laune, der Hörbi. Okay, eine freundliche KI, ruf uns. Aber Hörbi, der will nicht aufhören. Er will das hier schaffen. Ne, Hörbi, wo gehst du jetzt hin? Nee, du willst doch gar nicht. Nee, 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 nee. So, ein Quatsch. Schnell. Na, also das macht man nicht. So, du gehst jetzt hin. Ah. Ja, furch mal schnell. Weil wir brauchen doch was zu essen. Und die Pflanze, na guckt, 9,3% gewachsen. Die wird nie fertig. Oder? So. Hörbi hat auch unter was zu essen da. Der muss schnell forschen. Sehr schnell. Und dann müssen wir hier die Sachen hinbauen. Und anbauen. Ja. Das müssen wir mal vorspulen, solange er davor schon tut. Könnt ihr noch mal gucken, ob wir irgendwo einen Hasen finden. Hm. 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 Der Hase, der verrückt sich hierher nicht. Aber so ein kleiner Schneehase. Hm. Nicht. Nur hier. Da. Ich weiß nicht, ob der Hörbi hierher kommt und schnell wieder rausgehen kann. Hm. Hm. Wir müssen es versuchen. Hm. Verdopp. Nicht. Ist tiefgekühlt. So schlafen die schon. Oh, hörbi. Jetzt haben wir die schon. So. Komm hier. Schnell schlapp. Los. Das probieren wir jetzt. Jetzt schnell hier rein schleichen. Schnell rein schleichen. Rausholen. Mensch. Das hat doch super geklappt. Toppen sind ja vorhin. Na klar. Also das können wir sein lassen. Da bauen wir hier nichts mehr an am Ende. So. Der Herbst hat schon angefangen. Mensch. Jetzt wird's bitterkalt. Oh je. Herbie, du musst weiter forschen. Na. Das Essen können wir lieber draußen lassen. Vielleicht bauen wir eine Essenskammer draußen hin. Da verdirbt's nämlich nicht. Ich glaube ich komm, wir bauen mal hier eine Essenskammer drumherum. So. Und so. Und ne Tür hier rein. Oder keine Tür. Nur ne doch. So. Schnell verdirbt und weniger als Pintagouin. Dann müssen wir das Essen von hier draußen nach draußen bauen. Von drinnen nach draußen. So rum. Also schnell das Essen hier. Rock. Und rosa. Oh nein. Das ist das Fleisch weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Na ja. Draußen ist es kalt. Hm. Minus sieben Grad. Auch der Röppi hat sich ein Magen verdorben. Sonnenfinsternis. Ja, wir haben ja auch kein Stromgrad. Und schon wird's kalt. Minus sieben Grad ist auch drin. Wir brauchen ne Batterie. Aber ich brauch auch dringend die Hydrokulturen. Und hör, Bi, wir müssen auch Nächte durcharbeiten wahrscheinlich. So. Schön tapfer sein. Und du schneid schon, Mensch. Inseltober. Ja, ja. Den können wir den Nahrer mal einsammeln. Hier unten die beiden. So. Wenig Nahrung. Ja, das weiß ich. Na, aber der Röppi, der muss jetzt erstmal hier arbeiten. Und dann. So. Ja. Komm schon, Röppi. Was schaffst du? Sonnenfinsternis sei vorbei. Ne. Oder Wind, komm auf. Oh nein. Das geht gar nicht, weil. Ach, du Schreck. So, dann müssen wir das mal abreißen hier. Neu setzen. Röppi reißt das mal ab. Und dann bauen wir's neu. Weil die Wand war nämlich drin. Und wenn die Wand da drin ist, dann, die können wir bis da hin bauen. So. Okay, Röppi, jetzt baust du schnell diese Sache hier. Warte, bevor der weiter forscht. schnell die Windporbine bauen. Ne. Sehr, sehr schön. Hoi. Und dann müsste es wieder funktionieren. Ne. So. Und dann müssen wir jetzt aber noch ein Kabel setzen. So. Hm. So, wie viel Nahrung? Eine Nahrung noch. Na, Röppi, da muss man jetzt schlachten hier. So. Hm. So. Was? Die wollten hier rein? Na, wartet. Na, fiesen. Warte mal, Röppi, bevor du jetzt hier losgehst, schlachte mal. Ja. Und dann musst du kochen. Du kommst jetzt nicht drumherum. schon wieder. Das war ja auch was. Hat ja nichts bekommen, hä? So. Mensch, wir haben auch fast erforscht. so. So, wie sei tapfer. Wenn die Nacht reinbüsch, da holen wir uns dann hier unten das leckere Fleisch aus der Höhle. Na? Röte nach allen Röntirschen. So. So. Na, dann los. Na, dann los. Wo kannst du denn jetzt hin? Schlafen. Warte, wir wollten doch ein so ein Tirschen holen. Röppi, warte. Röppi, ein so ein Tier müssen wir uns holen. Los. Dann kannst du schlafen gehen. Schnell. Da holen wir uns das schnell. Lauf, 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 lauf. Bevor die Nacht vorbei ist. Na? Hast du auch Schwein gehabt? Oh. Und schnell ins Bett. Okay. Da drin ist es doch schon wieder mulmig, schön warm. Ja, wir bauen dir gleich dein Schlafquartier. Aber jetzt müssen wir erst mal und das Essen zum Lauf bringen. Mensch. Chloe, du kannst doch das Stück Fleisch verputzen und nicht die Mahlzeit von Nörbi. Eieieieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieieieiei. 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 Eieieieieieieiei. und das ist ganz wichtig wir brauchen die hydro kulturen sonst wird das hier überhaupt nicht da wird schon so drei bauen wollen man braucht im winter ganz schön viele ressourcen die man sonst immer übrig hat wie zum beispiel dass man dann halt holz hat holz ist echt mangelware hier in diesem gebiet sehr brav sowieso macht man das okay mensch 700 und es dauert doch so lange warum ist er denn die ganze zeit so leichte schmerzen abscheuliche umgebung abscheulisches zimmer in der kälte geschlafen auf dem boden geschlafen ohne tisch gegessen da hast du recht eigentlich könnte man mal einen tisch hin bauen so warte dann bauen wir eben einen tisch aber das ist totaler blödsinn nein das ist nicht doch das blödsinn jetzt müssen wir warten jetzt möchte ich hier die forschung haben sehr schön gibt alles wir brauchen die hydrokulturen das ist das a und o sonst geht hier gar nichts zusammenbruch kurz vorm ende wieder trauer da kannst du nur froh sein wenn du jetzt nicht guckst die tiere sind draußen also kann es auch schnell das letzte mal gewesen sein dass du traurig bist jetzt läuft auch noch betrübt herum mega gefährlich mega gefährlich hörte was machst du denn so kriegt man dich wieder ein komm schon krieg dich wieder ein und forsch weiter ist denn hier schon so ein pilz ne die pilze sind weg na toll jetzt hat die chloe das letzte stück gegessen mal schauen ob man hier irgendwo hm nein ach Herbie du hast den ganzen Tag verschwendet durch deine Trauer und wir sind minus 24 Grad draußen runterkühlung leicht naja da wäre ich wahrscheinlich unterfroren bei den minusgraden wenn ich auch noch traurig bin Hörbi, jetzt kriegst du doch wieder einen und dann wird geputzelt und dann machst du weiter Toll, ganz prima Jetzt musst du ihn schlafen Eine Vorratskapsel, bitte lass es essen sein Nee Zum Ort Fell Menschen jagendes Rudel Wo kommen die her und wo gehen die hin? Ach, das ist ja süßen in Hasen Na wunder, wunderbar Genau, sie ist genau das richtige Wasser brauchen Und diese Viecher hier So Jetzt musst du nur schlachten Los Schnell Und dann wird gekocht So Ach, schon alle Superschön Du musst die Hydrokulturen machen Brauchen Brauchen die so dringend So komm, wir jagen noch den einen Hasen So Ja Ja, bloß Hörbi, jetzt Geht alles Hörbi, jetzt aber schnell Komm Raus und Okay Wo ist vom Schmerz los Der macht noch das schnell sauber Und dann schlachtest du den Hasen Und machst ein bisschen was zu essen Hm? Mensch Mensch, 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 Mensch So schnell Wenigstens noch eine Mahlzeit Hinten dran basteln Eine Sonneneruption Oh, Leute, Leute, Leute Ob wir es hier fertig kriegen, dass er endlich das Ganze erforscht hat? Na, ich kann es mir nicht denken Mh, echt Hey, jetzt kocht doch Naja, kein Material, das hab ich mir schon gedacht Vielleicht müssen wir jetzt doch so ein böses Tier Oh, ist der schon verrottet? Ach der, ja klar, der ist verrottet Hm Den Wortschleckern Die sind einfach rausgekommen Die kommen nie raus Und jetzt kommen sie raus Nein Weil sie Hunger haben Doch, stopp Okay Schön forschen Schön forschen Da wird alles entspannender Na? Komm, das schaffen wir Hoppy, das schaffen wir Ja! Nein! Oh, scheiße, du hast hohes Fleisch gegessen Na, das schneit es wieder ganz bitter Oh, he, oh, he, oh, he Nee! 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 Hm! Hm! Naja! Jetzt hast du es gleich geschafft! Gleich! Gleich! Und? Bitte! Prima! Wunderbar! Jetzt braucht man dringend wieder was zu essen, ne? So, was macht man jetzt? Wenn die schlafen, dann holen wir uns... Was holen wir uns denn da? So, hier ist ja gar nichts Okay, so, dann müssen wir jetzt hier mal eine Nitro-Kultur hinbauen, damit wir da wenigstens schon anfang am Moment Produktion Nitro-Kultur da So, drehen, hinbauen So Gefähne Bauen wir hier gleich noch mehrere hin Ich weiß, du brauchst... Nee! Warte, das brech mal erstmal Bauen wir mal hier Großhändler! Och, Herbie, du hast Glück! Hast du ein Glück? Jetzt krieg mal vielleicht was zu essen Uh, Herbie, hast du ein Glück! Wo sind sie? Da kommen sie! Uh, da kommen sie! So Bauen 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 Warte mal Das brech lieber noch mal ab Da soll er sich jetzt noch ne Struppe kümmern So Uuuuuh, da gibt's ne Schlieberei Oh nein! Oh weia! Jetzt laufen die wieder weg! Und ich hab doch noch gar nichts eingekauft! Oh, der Händler ist gestorben! Hörbe, jetzt musst du denen aber schnell helfen! So, Moment! Bauen wir schnell mal Schlafplätze Schwupp, 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 schwupp! Krank! 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 So, Herbie, wo bist du? Bist du du? Herbie! Was machst du denn? Echt? Wir kommen da wohl gar nicht bis hin? Krank! Ohje... Ok... Moment... Warte... Wir retten jetzt hier mal unsere Freunde retten! Schnell... Da haben wir wenigstens eingeredet, hm? Nein, jetzt ist er gestorben. Ah ja, wir haben es wenigstens probiert. Kann uns keiner nehmen. Hörbi, jetzt musst du hier mal alles schön einsammeln. Schnell die Nahrung. Wow, und die haben auch noch tolle Gerbe. Guck mal, das. Jetzt kann man nicht schlafen. Der lebt auch noch, guck. Hörbi, dann schnell. Ist mal eine leckere Mahlzeit. Dann trage leckere Mahlzeiten. Schock, schock. Hier geht's ums Nacken-Überleben, Freunde, ums Nacken-Rettungskapsel. Oh, Freunde, ich glaub, die machen wir dann das nächste Mal. Okay? Also dann, ich freu mich. Dann, Hörbi, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Untertitelung. BR 2018